Musik Sehr geehrte Damen und Herren, wie Ihnen ja wohl schon bekannt ist, wird es die Militärmusik Tirol mit November des heutigen Jahres als Blasorchester in dieser Formation nicht mehr geben. Und damit nicht genug, auch der Name wird uns genommen. Die Militärmusik Tirol verabschiedet sich von Ihnen mit dem Prélude aus dem Tideum von Marc-Antoine Carpentier, besser bekannt als Eurovisions-Camp-Melodie. Leben Sie wohl! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Und zum Schluss noch eine kleine Lebensweisheit. Ich wünsche Ihnen, es möge Ihnen gut gehen. Aber nicht zu gut, weil dann geht es Ihnen nicht mehr gut. Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank.